hallo zu einem neuen video heute sehen wir uns an wie du in microsoft excel zellen einfach zusammenführen kannst ohne daten zu verlieren bevor wir starten bitte diesen kanal jetzt kostenlos abonnieren damit ich noch mehr videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen vielen dank und jetzt starten wir los es gibt verschiedene möglichkeiten wie zellen im microsoft excel verbunden werden können einer der am häufigsten verwendeten methoden ist die funktion verbinden und zentrieren oder nur zellen verbinden nun ist es so dass ich ein beispiel mitgenommen habe und zwar haben wir eine liste der vornamen und nachnamen wenn man nun diese funktion anwendet sehen wir folglich die problematik damit und zwar in diesem fall möchte ich gerne den vornamen und den nachnamen zusammenführen und das würde ich gerne mit den verbinden und zentrieren tun anschließend erhalte ich eine eine fehlermeldung beim verbinden von zellen bleibt nur der oberste linke werte halten alle anderen werte werden verworfen wenn ich nun auf ok bestätige erhalte ich das nur als ergebnis und wie man sehen kann kommt man mit dieser funktion hier nicht weiter gehen wir einen schritt zurück und verwenden eine andere funktion bzw einem befehle microsoft excel der dieses problem löst und zwar möchte ich gerne das ergebnis in der spalte d und zwar nur als namen und anschließend muss ich nun in der zeile 3 den befehl den entsprechenden befehl angeben und zwar ist gleich verketten und zwar gibt es hier die option verketten verknüpft mehrere zeichen folgen zu einer zeichen folge hier kann ich dann anschließend den ersten zellen bereich den vornamen verwenden und anschließend den zweiten bereich wenn ich diese nun ausführe erhalte ich nun das ergebnis zusammengeführt wie man sehen kann noch nicht ideal da hier noch ein leer zeichen fehlt das lässt sich auch lösen indem ich ein argument hinzufüge und zwar ein leer zeichen anschließend erhalten wir nun den vollständigen namen zusammengesetzt ohne dass dabei daten verloren geht wie ihr seht kannst du mit dieser funktion dieses problem lösen und falls du fragen dazu hast hinterlassen wir einfach ein kommentar ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen wenn du auch im nächsten video mit dabei bist bis dahin alles gute und viel erfolg